2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slava Fist Walk Ruck Test. Training. Letzter Test. Slava, bist du bereit? Yes, ich bin bereit. Okay, 9 Bretter als Test. Fist Walk. Wenn du runterfällst, musst du von vorne machen. Okay. Achtung, ich sage Bescheid. Und Zeit läuft. Du schaffst es. Okay. Und was machen die Fäuste? Volle Adrenalin. Zeig mir die Fäuste. Okay. Und was ist das für ein Gefühl? Wie viel schön ist es zu schaffen? 10, 11, 12, 11. Ja, es ist noch möglich, aber es war schon richtig Hammer. Okay. Vielen Dank.